Hi, ich bin Sandra, die Make-Up-Adistin von der Nadine. Ich habe sie bei einigen Fotoshootings begleitet. Ihr könnt auch Make-Ups davon in diesem Buch finden. Und sie hat ein Thema, das heißt Dein perfektes Styling. Sie schreibt, ein Visagist macht weitaus mehr als Dir ein schönes Make-Up. Ein Visagist lässt Dich erstrahlen. Das perfekte Make-Up muss zu Dir, zum Kleid, zur Jahreszeit und zum etwaigen Motto passen. Ja, das ist ein Tipp und noch ganz viele weitere tolle Tipps findet Ihr in diesem Buch. Viel Spaß beim Lesen.